Peace Leute, was geht ab? Ich bin's wieder und ich bin jetzt in meinem Anzug von meiner Mannschaft, den ich heute interniere. So von 1 Uhr bis 5 Uhr und vielleicht werde ich da auch ein bisschen filmen, wenn ich darf. So zwischendurch so. Und ja. Und warte mal, ich versuche Musik einzumachen. So, zack. Nein, geht immer noch nicht. Meine Güte ey. Und ja, ich wollte noch sagen, dass wir vielleicht filmen werden, als meine Schwester oder ich. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschau. So, Leute. Was meint ihr, wer das Turnier gewinnen wird? Wir oder die anderen? Schreibt's in die Kommentare. Und ja. Wir sehen uns beim Turnier. Tschüss. Tschüss.